Hallo ihr Süßen, ich sitze im Auto. Es ist ein Wunder, dass das Auto überhaupt angesprungen ist. Toi toi toi! Heute hat es nämlich geschneit. Es ist super kalt. Ich bin über den Beifahrersitz rein, weil auf dem Fahrersitz ist das Schloss eingefroren. Aber es fährt. Ich bin noch ein bisschen gerutscht, weil ja der erste Schneepfad, aber es fährt. Und ich bin jetzt bei Pauli angekommen, auf Arbeit. Die werde ich gleich abholen. Oh, ich sehe schon Möko, jetzt muss ich mich bein. Und dann heißt es, ab zu den Pferden, auf die riesengroße, eingeschneite Koppel und wir haben eine Drohne dabei. Wir werden auf jeden Fall alles festhalten. Bis später. Hallo. Wie siehst du denn aus? Hallo, liebe Freunde. Warum willst du denn nicht raus? Weil ich auch sehr in dir aufgekommen bin. Du bist das Team mit Yma. Du bist der Einflächter, der Apfelkülturer, der immer saft riecht, das musst du auch bei einem Auto fahren. Ekelig. Wie nennt man das? Ekelig. Die Einflächter, der wir ver- Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.